Oh Mann, bitte. Ich muss Glück haben. Komm schon, Maschine. Ich glaub an dich. Gib mir was Leckeres. Was geht es? Das Glück war auf meiner Seite. Ich möchte auch Glück haben. Ich will was Leckeres, damit Mia neidisch ist. Na komm schon. Hä? Haben Sie ein Futter? Das wollte ich sicher nicht haben. Geschieht dir zu Recht, Jennifer? Ich hab's satt. Ich will was Leckeres. Oh Mann, wir haben einen magischen Knopf bekommen. Lass mal draufdrücken. Hä? Was ist denn hier los? Hier sind meine Gäste. Freut mich, euch zu begrüßen. Na, drückt auf den Knopf. Okay, ich nehm den orangefarbenen. Gute Wahl, Jennifer. Du kriegst Nutella von mir. Da hast du ja richtig Glück gehabt. Ich hab einen ganzen Eimer für dich. Er gehört dir. Oh, das riecht ja voll lecker. Das ist Nutella. Den Geschmack werde ich doch sicher erkennen. Bitte sehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh Mann, den Eimer hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Hm, voll lecker. Hm, okay. Wenn die unglückliche Jennifer Glück hatte, dann werde ich doch sicher auch was Leckeres bekommen. Oh, du hast recht, Mia. Du bekommst nämlich Marshmallows. Eine riesige Packung davon. Wow, es regnet Marshmallows. Ich will die mit dem Mund fangen. Hm, geschafft. Voll die coole Idee. Hm. Jennifer, ich brauch mal kurz deine Wange. Hm? Mia, was machst du denn da? Komm schon, jetzt sei nicht so. Ich wollte doch nur was von deiner Nutella. Hm. Hm, wie lecker. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Oh Mann, Mia hat so viele Marshmallows. Vielleicht teilt sie auch mit mir. Mia, gibst du mir auch was für den Marshmallows? Du willst ein paar Marshmallows? Hm, warum nicht? Bitte sehr. Dankeschön, Mia. Hey, was machst du da? Ich hab nicht vor, mit dir zu teilen. Das sind meine Marshmallows. Ich werd die selber essen. Och Mann, okay. Ich werd sicher noch was Gutes bekommen. Hm, ich sag's dir nur ungern, aber statt Marshmallows bekommst du Klopapier. Hä, was ist das denn? Aua, mein Kopf. Vorsicht. Äh, das sind eindeutig keine Marshmallows. Alles klar, das ist Klopapier. Moment mal, die Gelegenheit muss ich doch ausnutzen. Hä, was ist das denn? Klopapier? Mit was ist das denn verschmutzt? Beim nächsten Mal wirst du nicht so gierig sein. Oh nein, womit hast du mich voll geschmiert? Ach komm schon, Schätzchen, reagier doch nicht so. Drück auf den Knopf. Okay, ich drück auf zwei gleichzeitig. Hm, gute Lösung. Du bekommst Honig und Mehl. Lass uns anfangen. Hä, was ist das denn? Wieso ist das so glebrig? Das ist ja Honig. Boah, wie cool ist das denn? Freut mich, dass es dir gefällt. Und hier kommt der lustige Teil. Oh, wie lecker. Bleib mal kurz stehen. Hä? Was ist denn das auf einmal? Das ist ja was Weißes. Ist das Schnee? Oh nein, das ist Mehl. Du hast es erraten. Viel Spaß. Wie soll ich denn das genießen? Mia, du siehst einfach toll aus. Komm her. Jennifer, du bist dran. Okay, ich nehme diesmal den rosa Knopf. Aha, und du kriegst lecker Schmecker, knusprige Einhornringe. Wow, ich bin bereit. Okay, mach den Mund auf. Mann, ist das lecker. Viel mieses, Schätzchen. Ich habe eine Idee. Ich werde die Cornflakes einfach mit meinem Nutella-Eimer auffangen. Das ist viel einfacher, die so zu essen. Voll toll. Das könnte ich jeden Tag so machen. Mmh, yummy. Okay, Jennifer, freut mich, dass du glücklich bist. Wenn ich jetzt noch etwas Milch haben könnte. Hä, was hast du denn vor? Aha, ich verstehe schon. Milch, natürlich. Ich meine, wir alle lieben die Combo Cornflakes mit Milch. Oh, so ist gut. Ich lasse die Milch einfach in den Eimer fließen. Oh, so lecker. Hey, Clown, hast du mich schon vergessen? Ich drücke einfach auf den Knopf. Ich hoffe, ich kriege was Leckeres. Ich will ja nichts sagen, aber diesmal kriegst du Hundefutter. Aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Oh, das stinkt ja. Komm schon, das reicht jetzt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich will deine blöden Spiele nicht spielen. Tja, da lässt sich jetzt leider nichts machen. Wenn ich erstmal aus der Box raus bin, kannst du was erleben. Mann. Ich muss hier rauskommen, also drücke ich auf weitere Knöpfe. Du hast alles richtig verstanden. Und diesmal bekommst du rohe Eier. Das wird voll cool. Wow, das tut voll weh. Hey. Oh, man. Nein, das sind rohe Eier. Die fallen mir direkt ins Gesicht. Ach, komm schon, Jennifer. Kopf hoch. Oh, und übrigens, du hast zwei Knöpfe gedrückt. Das war es noch nicht? Nein, jetzt kriegst du noch Federn. Oh nein, Federn, ein ganzes Bündel. Okay, mein Glück hat mich eindeutig verlassen. Jetzt sehe ich aus wie ein Huhn. Was hast du nur mit mir angerichtet? Die Federn stehen dir voll gut, Jennifer. Na, komm schon, Mia. Drück auf den Knopf. Oh, da hat er noch nicht. Das nenne ich ja mal eine Wahl. Du kriegst ganz schön scharfe Tabasko-Soße. Viel Spaß damit. Ach, du meine Güte. Ich werde einfach den Mund zuhalten. Ja, hoffentlich wird dir das helfen, Mia. Okay, endlich ist das vorbei. Ah, das ist ganz schön scharf. Erstaunlich. Das macht voll viel Spaß. Oh, Mann. Ich wurde angebrannt. Du hättest mich nicht mit Tabasko-Soße übergießen sollen. Alles ist in Ordnung. Die Feuerwehr ist schon am Start. Dieses Feuer werden wir löschen. Okay, vielen Dank. Jetzt geht's mir besser. Ja, siehst du. Ende gut, alles gut. Mädels, ihr seid in einer Challenge gelandet. Okay, ich will als erstes meinen Safe öffnen. Oh, das ist ja kummel. Ein Snickers-Mirkshake. Aber wie soll ich den trinken? Willst du mich auch mal annehmen? Du musst einfach nur den Deckel öffnen. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Darf ich mal probieren? Sicherlich nicht. Das ist mein Cocktail, also werde ich ihn trinken. Außerdem schmeckt er so gut. Oh ja. Ich werde es sicher nicht teilen. Okay, dann kriegst du das, was du verdienst. Das schmeckt dir doch, oder? Was hast du angerichtet? Jetzt bin ich voller Schokolade. Ich hab nichts mehr übrig. Jetzt bin ich dran. Was? Fisch? Wieso kriegst du so einen Schokokoktail? Ich krieg einen Stinkefisch. Halte dich von uns fern und beeil dich. Isst ihn. Oh Mann, wenn ich kotzen muss, seid ihr dran schuld. Wie ekelhaft. Nein, so einen ganzen Fisch schaff ich eh nicht. Du musst aber. Oh wow. Ich glaube, mir wird schlecht. Wie ekelig. Wieso habt ihr mich dazu gebracht, was zu essen? Wie geht? Hey, was machst du? Dein Safe musst du auch noch öffnen. Okay. Und das ist alles? Nur ein Skittlesbonbon? Das müsste sicher lecker sein, oder? Ein ganz normales Skittlesbonbon. Seltsam. Oh, was ist denn mit dir los? Mädels, ich glaube, ich hab einen Ausschlag. Cool. Oh Mann, davon hab ich mein ganzes Leben lang geträumt. Oh. Yeah. Jetzt werde ich mein Leben lang Süßigkeiten haben. Kann ich auch mal probieren? Jetzt will ich. Lecker. Willst du auch was? Nein, das ist voll ekelhaft. Unglaublich. Das ist die coolste Krankheit, die ich je hatte. Come on. Nein, ich will sicher nicht. Wie geht's? Wow. In dieser Runde möchte ich zuerst mein Safe öffnen. Wow, was für eine Überraschung. Ich hab noch nie so viele Puppets gesehen. Hm, die sind ja voll ungewöhnlich. Ah, die sind aus Fruchtgummi. Mädels, habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein. Schmeckt das auch gut? Natürlich doch. Unglaublich lecker. Ich will so schnell wie möglich alles aufessen. Ja, das ist mega lecker. Oh, wir wollen auch was davon. Awesome. Ich glaube, Kate wird nichts dagegen haben, wenn wir auch ein bisschen was probieren. Ja. Oh. Die wird sicher nichts dagegen haben. Natürlich hab ich was dagegen. Weg von meinem Safe. Das gehört nur mir. Okay. Oh Mann, ich wünsch mir, ich hab auch was Gutes. Haha. Bloß nicht das. Ich hab Angst vor Würmern. Los, keine Regenwürmer. Die machen mir so viel Angst. Was? Wieso werde ich auf diese Weise bestraft? Nimm das sofort ab. Ah ja, genau. Ich hab ne tolle Idee. Ich brauch bloß einen kleinen Staubsauger. Der wird dich retten. Okay. Oh nein, ein Wurm ist noch übrig geblieben. Wie? Was? Wo denn? Genau über der Lippe. Ah, den hab ich wirklich verpasst. Jetzt lass doch los. Wunderbar, ich hab's geschafft. Oh Mann. Was für Lippen. Oh la la. Ach, du lachst ja auch noch aus. Dafür kannst du die Würmer hier probieren. Hey, was habt ihr angerichtet? Die sind ja mega eklig. Die geht. Jetzt muss ich mir den Mund spülen. Oh Mann. Na komm schon, schau dir deinen Safe an. Mach ich auch. Oh wow, da ist ja so eine Art Zaubertrank drin. Ich hoffe, der macht mich zur hübschesten auf der Welt. Was für ein komisches Gefühl. Was passiert mit mir? Ich werd kleiner. Ich bin geschrumpft. Hol mich hoch. Oh, du bist so süß. Ich will dich mal anfassen. Oh yeah, ein Puppet. Ich bin das kleinste Mädchen auf der Welt. Ich kann auf den Puppet rumhüpfen. Oh, die ist so süß. Oh wow, das hat weh getan. Schau mal, was du mit meinen Fingern getan hast. Na warte. Dafür musst du gegen diesen Regenwurm hier antreten. Oh ja, das wird sich ja spannend. Julie, wir glauben an dich. Ob ihr es schafft? Nimm das und das auch noch. Und das hier. Yeah. Julie, das hast du wunderbar gemacht. Das war so cool. Ja Mädels, danke für eure Unterstützung. Was erwartet uns dieses Mal? Oh nein, ich esse definitiv kein rohes Fleisch. Mädels, tut mir leid, aber das geht mir zu weit. Hier hast du einen Teller. Und guten Appetit. Ihr seid so hart. Das ist ja kein Fleisch, das ist ja echtes Gummi. Ich kann nicht mal was abbeißen. Ich hab genügend davon. Ich glaube, Messer und Gabel werden dir helfen. Also los. Ups, ich glaube, ich hab's ein bisschen übertrieben. Ups, jetzt kann ich sogar den Teller essen. Ups, 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 Ups. Okay, Menschen haben schließlich Fleischbraten erfunden. Denn roh kann man das ja gar nicht essen. Er wird ganz schlecht davon. Come on. Julie, mach du deinen Safe auf. Mal sehen. Oh, was für ein geheimnisvoller Zauberstab. What? Wunderbar. Ich frag nicht, was ich damit zaubern kann. Hier ist einfach. Ich glaube, ich hab was gelernt. Du hast mich fast verbrannt. Aber was du getan hast? Du solltest dich schämen. Alles nur wegen diesem Zauberstab. Oh, die hat ja mich fast verstümmelt. Komm, den legen wir einfach auf den Tisch, okay? Kate, es wird Zeit, dass du deinen Safe öffnest. Oh, ja. Mal sehen, was da drin ist. Wow. Unglaublich. Das ist ja ein Eiscreme. Finger weg. Das gehört mir alleine. Come on. Hier ist schließlich nicht genug für uns alle drin. Wait a minute. Dieser Löffel ist einfach zu klein. Ich brauch einen größeren Löffel. Jetzt kann's losgehen. Nichts geht über ein Eis an einem heißen Sommertag. Können wir auch was haben? Nein, sicher nicht. Die ist voll gierig. Kate, was ist mit dir passiert? Die ist ja voll steif. Ich weiß, wie ich sie davon retten kann. Der Zauberstatt wird mir helfen. Mädels, vielen Dank. Sonst wäre ich für immer erfroren geblieben. Oh nein, jetzt brenne ich. Was für eine gute Gelegenheit, mein Fleisch anzubraten. Das kommt rechtzeitig. Ich bin nämlich ganz schön hungrig geworden. Okay, dein brennender Kopf war super. Lecker. Ich liebe es. Dankeschön, Kate. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Oh ja, jeder liebt Nutella. Ich bin keine Ausnahme. Hey, schau, was du gemacht hast. Kein Problem, das macht mir in Ordnung. Das hat weggetan. Hör auf, mit dem Deckel hier herumzuwerfen. Jetzt kann ich meine Nutella probieren. Julie, du kriegst nichts davon. Ich habe was probiert. Das ist alles so gierig. Aber ich habe auch einen Tropfen bekommen. Wie lecker. Oh nein, Mädels, ich habe ein Problem. Meine Hand steckt im Glas fest. Hält mir, sie rauszuholen. Okay. Was tut man nicht alles für eine Freundin. Auch wenn sie gierig ist. Na los. Nimm das Glas ab. Noch ein bisschen. Na, endlich. Oh, da ist ja noch was übrig. Extra für uns. Dankeschön, Mädels. Ohne euch hätte ich das sicherlich geschafft. Oh, an meiner Hand ist immer noch was übrig. Kate, jetzt bist du dran. Das stinkt ja. Bloß nicht das. Das ist ja Schimmelkäse oder so. Mädels, das schaffe ich sicher nicht. Ich glaube, Julie und ich werden dir helfen müssen. Dann mach den Mund drauf. Oh nein, was ist das denn? Ich fühle mich nicht gut. Ich musste fast kotzen. Julie, und was hast du? Ich kann es sehen. Oh Mann, das ist ein Portal. Wir fliegen nach Hause. Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche diese Saves zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene mene Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Macht dir keine Sorgen. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was soll ich jetzt so tun? Ich muss mir das einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das Lila-Schloss. Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow, jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? Oder ein Krokodil? Nein, die waren viel zu groß. Ist das tatsächlich? Oh wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lasse dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Ich frage mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich. Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay. Ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Hm, seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh wow, es hat geregnet. Versuche es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Obis. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen. Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte. Nimm diesen Wurm raus. Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte. So viel Schaum. Haha, voll die coole Schaumparty. Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß. Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Na okay. Was ist das denn? Ah, das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Mh, der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Erledigt. Oh nein. Das ist ja richtig widerlich. Gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht begleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Hm. Äh, was ist das? Wie geht? Das sind ja Haare. Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt macht's doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind. Und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker, schmecker. Unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig. Such nach dem nächsten Schlüssel. Ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich hab den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Mach mal Platz hier. Ich werde nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich hab seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, ja, ja. Hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich geh ja schon. Okay, die letzte Runde. Was ist das? Das hat ihr Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen. Ich wär fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben's geschafft. Ja, nichts wie raus hier. Ja. Ja, das ist der Schlüssel.